Jetzt geht's los, jetzt könnt ihr euch aktiv bewegen, ab an die Station. Viel Spaß! Ich bin Tim Lohwing und ich wünsche euch heute beim Sportsfinder Day viel viel Spaß, bewegt euch viel und lernt was fürs Leben. Die Kids können hier richtig Sport treiben, sich bewegen, Sachen erleben, erarbeiten sich dafür Punkte, Sportsfinder Points und können diese Punkte dann an dem Ernährungsbuffet einlösen gegen Essen. Und so ist über den gesamten Tag hinweg die Idee, wer sich viel bewegt, kann auch wirklich ordentlich zulangen am Buffet, sozusagen transparent und immer da. Bis zum nächsten Mal. Für Nutella bietet sich hier die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten, sehr früh, Kinder mit dem Thema Ernährung und Bewegung zusammenzubringen. Wir erreichen hier eben alle Schüler, nicht alle Kinder, nicht nur Kinder, die sowieso schon in Vereinen organisiert sind und bereits Sport treiben. Nein, wir erreichen eben auch die Kinder, die vielleicht da eher Bewegungswuffel sind und versuchen denen einfach den Spaß wieder zurückzugeben mit einem solchen Tag. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 Wir haben ganz toll gefunden, dieses Angebot mit den Vereinen zusammen ein Bewegungsangebot an einem Tag zu erstellen, in dem der Aspekt Ernährung und Bewegung eben so lustvoll und mit Spaß belegt offensichtlich wird. Musik An... Musik 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 Jaaa!